Doni und ich kämpfen gegeneinander. Wir beide haben ein Tuch hinten im Gürtel stecken. Bevor es losgeht, wer es weckt, ich pass auf dich auf. Und nun fangen wir an zu kämpfen, versuchen den anderen auch auf die Seite zu werfen und versuchen im Kämpfen das Tuch zu klauen. Nun habe ich einen Punkt und es beginnt von vorne.